Hallo Leute, willkommen zurück bei Battlefield Bad Company 2 im Kalten Krieg. Und mit dem schönen Ladebildschirm beginnen wir den dritten Part dieses Projekts. Gleich muss es noch losgehen. Mal das Mikrofon noch ausrichten, so. Und schon geht's weiter. Das sind doch die Affen, ey. Die seilen sich da ab. Mal Nigger abseilen. Hahaha. Also, sprich, auf Toilette gehen. Mit dem großen Geschäft. Oh mein Gott, ich bin schlecht. Ach, da sind sie. Ah, ich will Deckung. Bist du gut? Ja, du bist Hagrid oder Swagrid oder sonst wie. So, hallo. Lebt da noch jemand? Nein, ne? Oh doch, irgendwo schon. Ah, verdammt, ich bin so schlecht. Ach, hi. Du hast mich aber erschrocken, ey. Kleiner Penner, ey. Dr. Mungo, ey. Oh, die flatschen so. Oh Gott, geh weg. Ey, 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 ey. Da kommen sie alle, ey. Ist gar nicht erst so zu gucken. Oh ja, genau, kommt mir der Pumpgun, ey. Hä, Camper, oh Camper, Camper, Camper. Ich bin ein schlechter Camper. Oh ja, ja. Hallo? Jemand da? Boah, krass, ey. Ich muss doch da hin, an den Punkt, oder? Hä? Ah, ne, da vorne. Oder was? Was ist denn mein Ziel? Warte mal. Wo kann ich denn gucken, was mein Ziel ist? Sichere den Hof. Ach so, einfach alle abknallen. Oh, das war ein Headshot. Ach, und dann immer weiter vorkämpfen. Ja, gut. Okay, klingt logisch. Aha, genau. Was war das denn gerade? Wer hat mich denn jetzt geheadshotet, oder was das war? Oh mein Gott. Das war krass. Okay, LePanzer. Das hast du auch gut erkannt. Ja, halte durch. Heule. Ja, deine Sprache kann ich leider nicht. Boah, Digga, hör mal auf damit. Ich sag, irgendwie ist das mein Lieblingsbegriff. Ey, Digga, hör mal auf damit. Oh Gott, ne, ich bin in einer Kammer gefangen. Ich geh jetzt nach oben aufs Dach. WTF? Was ist das für ein Sniper? Für ein Sniper-Panzer. Ich hau einfach jetzt ab. Vor dem Ding. Ich, ich, wahrscheinlich bin ich gerade ziemlich abgenugt. Ich renne jetzt hier weg, komm. Ich bin ungedeckt. Hier dürft ihr mich nicht kriegen. Muss ich jetzt vorrennen, dass der Panzer spawnt, sozusagen. Das wäre ja auch dumm. Das war doch der Bus mit der Badewanne drin. Oh ja, in die Badewanne, wo jemand reingekackt hat. Nuh, nuh. Okay, das ist nur Rost, aber sag's keinem. Muss ich wieder durch den Bus? Ne, hey, wo muss ich denn entlang? Ich komm nicht hoch. Hahaha. Dann geh ich halt mal außen rum. Ach du, du verletzt das Schlachtfeld. Hä? Bin ich jetzt hier abgefangen? Äh, äh, gefangen? Oder wie? Achso, da ist die Treppe. Super. Gut, dass ich die gesehen hab. Yo. Na, toll. Jetzt komm da. Hier muss doch irgendwo ne Waffe liegen. Ich bin ziemlich still gerade, wieder mal. Es wird doch unauf der Karte Munition angezeigt. Da kommen die so. Oh, warum treffe ich nicht? Super, ich war auch schon tot. Und brauchst deinen Arm gar nicht so wegzustrecken. Ja, ne? Oh mein Gott, ich bin gerade, ich hab keine Entdeckung. Scheiße, wann kommt endlich der Feuerauftrag? Warte einfach den Kopf runden und bleibt noch etwas aus der Schusslinie von dem Ding. Von dem Ding. Ja, bei 30 Sekunden können wir uns nirgendwo mehr verstecken. Ach. Ja, wie soll ich ein Loch graben? Mit meiner, mit einer Granate oder was? Okay, bravo, du luchst von der Schließung ist unterwegs. Ihr bist das feindliche Fahrzeug Manuel. Genau. Ja klar, ich renne jetzt da hin, oder was? Hätte ich nichts zu tun. Boah, kromm. Ja, ja, ja. Warum muss ich da jetzt hinrennen? Ja, gut, das ist das Spiel, aber alter. Ja, sag's noch 10 Mal, bitte. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Boah, im Auf. Halt's Maul. Ja, guck mal, jetzt geh ich einmal hin, bin ich gleich schon wieder tot. Leute, versteht ihr das? Ich verstehe es nicht. Übrigens, was ist ein Feldstecher eigentlich? Oh, leck mich am After, ey. Was geht jetzt schon wieder los? Sehr spannend, wenn man alles 10 Mal machen muss. Ich mach mal die Scheiben kaputt. Ja. Ein Minute, ich guck gerade auf die Uhrzeit. Ich halt mich jetzt einfach mal vorerst zurück da. Ja, super. Ja, super. Wir haben alles schon mal erlebt hier gerade. Bisschen Luft. Okay. Was ist denn so ein scheiß Feldstecher? Fünf. Ach, das Ding. Ich hab mal, ich muss da hingehen. Ich hab gedacht, ich muss da hingehen und irgendwie so eine Rauchmarkierung oder sowas. Ja, toll, sag das doch gleich. Ja, beruhig dich. Ich muss erstmal einen Platz finden, wo ich das machen kann. Malo, du musst die Ziele markieren. Mit einer Zeit schnell. Hier ist 06-1. Nur zwei Meilen der Schaft. Ohren sind geladen. Beeil dich, Malo. Behalb den Himmel im Auge. Ziele bestätigt. Abfuß. Ja, Gott sei Dank. Einer. Zwei. Ich bin unten. Das war ein schöner Rums. Boah, krass. Okay. Das war nicht schlecht. Ach, ich hab auch noch so einen Teil. Na denn. Dankeschön, dir auch. Schenk deiner Tochter was für einen schönen Gruß an deine Frau. Grüß deine Frau und meine Kinder. Ja. Oh mein Gott. Wo muss ich denn hin? Da hinten. Irgendwo. Das ist alles so hell hier. Ich bin voll... Ah, MG im Haus. Ja, super. Oh ja, genau. MG macht eine Betonmauer kaputt. Okay. Ja, mein Lass ist mir weg. Wo ist denn der? Wo ist denn das MG? Ist das schon weg? Oh mein Gott. Hallo. Wir können auch noch drei Tage da rumstehen, aber deswegen geh ich jetzt mal vor. Ich höre irgendeinen... Ja, super. Ich nehme dann doch lieber wieder die XM8S oder wie die hieß. Da oben gammelt der rum. Nachladen. Mein Gott. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Ich danke, dass ihr da nicht viel rumflamed. Kommt doch mal auf da, ey. Das... Sag mal. Ja, ich habe jetzt einen Quad. Ähm. Da hoch. Guck mal, ob ich das schaffe. Nee, egal. Ja, geh auf der Schussbahn. Dankeschön. Vielen Dank. Für die Blumen. Oh mein Gott, das stimmt auch. So, jetzt muss... Der Container brennt. Alter, ist das eine MG oder was? Was höre ich denn da? Ja, ja, gut. Vielleicht muss ich noch einmal dem seinen Kopf treffen. Krass. F. Oh, toll. Ich würde mich gerade decken. Ich würde mich gerade decken. Zudecken. In meiner schönen Flausche-Decke. Nee, natürlich nicht. Ihr wisst, was ich meine. So. Komm, weiter. Schnell, wir müssen uns beilen. Ich bin schon wieder gestorben. Boah, hört mal auf. Toll, ich renne wieder rein. Professionell wie immer. Professionell, ey. Ah, ja. Oh Gott. So, jetzt können sie kommen. Ich habe nämlich eine Badewanne. So. Ah, toll. Das ist eine Granate. Oh, toll. Boah, genau. Schießt mit einer Panzerfaust. Oh, verreck. Oh, leck. Boah, da ist noch einer. Krass. Da kommen sie doch auch gleich. Boah, komm. Ja, komm. Geht mal vor, bitte. Ihr macht das. Boah. Das hat mich gerade an was erinnert. Kann ich doch auch. Äh, ja. So. Komm. Stirb endlich. Ist das jetzt sauber hier? Oder lungert hier noch irgendwo einer? Warte mal hier. Den Container lasse ich mal explodieren. Oh, schön. Was? Wir übernehmen welches Fahrzeug? Boah, hör mal auf. Wie bin ich hierher gekommen? Eigentlich heißt das laut. Ich habe keine Lust mehr. Na, haha. F. Gott. Wie kann ich denn das MG da ausschalten? Boah, hör auf. Äh, so? Ja, schießt dann den Container. Komm, jetzt muss der doch tot sein, oder? Alter. Oh, eine Granate. Hahaha. Ich bin gerade überfordert mit dem MG. Wo ist denn der? Alter. Da oben musste ich den doch kriegen. Da, ja. Warum kriegt man den nicht? Was ist denn los? Ja, und wie kann ich das andere Ding kriegen? Die Nummer 1? Ach, hier. Och, komm, ich habe jetzt hier. Alter, ich will mal jemand das MG ausschalten, bitte. Kommt. Ist jetzt Ruhe. Im Schacht. Gut. Hä, gut. Komm. Aua. Das war laut. Oh, 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 oh. Wir gehen mal weiter. So, den hätten wir auch. Und wer lässt da alles explodieren? Ach, kommt. Ich will da weg hier. Ich will weg hier. Ich will weg hier. Ich will weg hier. Ich will nachladen. Warum? Ach Gott. Vier Menschen gegen den Rest der Welt. Oh, eine Granate. Komm, explodier doch. Alter, das Haus ist mal Ruine, ey. Boah, Mann. Alter, wie viel hält der denn aus? So, wo ist da noch jemand? Da. Boah. Bloody Screen. Oh mein Gott. Ja, super. Dankeschön. Oh Gott. Wo geht's denn jetzt weiter? Dann entscheide ich, ob wir im nächsten Part weitermachen. Okay. Dann würde ich sagen, geht's hier im nächsten Part weiter. Nee, oder? Nicht da wohl wieder das Quad kommt. Ja, super. Okay, da geht's das nächste Mal weiter, wo ich übelst gefehlt habe. Mein Gott. Ich kann mich heute nicht konzentrieren. Naja, okay. Bis dahin, Leute. Und tschüss, tschüss. Alter. Voll brutal. Alter. Bora. Yo, tschüss, oder? Hö 分 gab es hier? Nicht da, wie schones muss ich noch sterben?